es liegt dass es nicht erwarten willkommen zu super mario rpg remake vom sns klassiker ohne untertitel mit dem intro da ist peach vor mario's haus im gras auf blumen schwellerlinge fliegen umher aber auf einmal wird es dunkel und bowser kommt dabei auf seiner klarenkutsche und entführt peach wie immer ein ganzes abenteuer für mario und er kommt auch schon und rennt hinterher um peach zu retten auf welche schwierigkeit möchte zu starten normal normal reicht doch noch mal die cutscene ja na gut doppelt hält besser i guess nur damit alle mitbekommen haben noch mal dass peach erfüllt worden ist warum war mario überhaupt in sein haus warum hat er nicht eigentlich auf sie aufgepasst ich meinte war fünf meter entfernt oder so und da ist bei uns das schloss es sieht ja schon beeindruckend aus als auf dem sns muss ich sagen also da muss ich dich sichtlich lumpen lassen ab geht's rein in bausers burg oder schloss oder festung je nachdem also ich persönlich bin jetzt nicht so ein fan von dieser isometrischen ansicht weil keine ahnung so nach rechts oben ach so kann man springen und unser erster kampf technik was haben wir denn für techniken wir haben den sprung das hätte geklärt drücken wird davon drücken ah da haben wir mehr abwehr frucht nicht möglich hilfe items keine items greifen wir einfach an schuldig hat er die jay jay irgendwie ging doch das action kommando so ging das aha aua das muss ich noch lernen das action kommando wir potenz und die brücke steht sein aajajaj trotzdem dass die türen irgendwo offen sind ok da ist peach warum ist er auf dem kronlecht da drauf die die achten vor pausa mario jetzt gehst du den kragen ein griff ich glaube das müssen wir machen oder au au aua die kette kräft die kette an das läuft doch die ganze zeit au uf haha das fact erklärt nicht auch bei ist zu leicht heute das gibt's dir die kette reaktion das wird also geheilt wir heute machst die mund waa he 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 Nee. Runter mit dir, Mario! Der wirft einfach den Hammer! Gib dir Saures! Mach ihm Beine! Runter, hab ich gesagt! Wow. Also, so tief... ... oder so hoch war... ... das ist auch ja nicht. Ha ha ha! So einfach schnappst du mir die Tee-Peach nicht weg! So einfach, ich puste mir ins Handwerk! Aber jetzt reicht's! Ich spür mein Zorn! Wieder verloren! Es war jetzt doch, wie tief... ... wie tief sind wir? Oder wie hoch, besser gesagt. Es war ein Glück, ich hatte solche Angst! Halt dich fest! Das ist rasch fort von hier! Aaaaaaah! Mario, die Festung bebt! Ja, das spür ich! Und die Katzen sind echt... ... jetzt schon beeindruckender! Was seht ihr das? Das war ein... ... ein Stern! Ein sonderbarer Stern! Ein Stern! Und ein Riesenschwert! Das durch den Stern... ... und auf Bowsers Burg einfach mal... ... reinfällt! ... und der Stern wurde... ... geteilt! Super Mario RPG! Legend of the Seven Stars! Nur so am Rand, wie man merkt! Und Mario wird einfach weggeschleudert! ... zu Marios Haus! Exakt in die Röhre rein! Treffer versenkt, würde ich sagen! Ha! Mario! Sag mal! Die meisten Leute betreten hier aus... ... die eigentlich... ... die Tür! Na! Ist ja auch nicht wichtig! Eigentlich mal die Plusierung... ... freut das Peach-Ball abzuholen... ... abzuholen... ... abholen zu kommen! Ey, aber das war halt... ... nämlich schon auf sie! Hey! Ja, Peach ist weg! Hä? Runter, Mario! Ach! Mit Spiel! Hey! Wow! Wir könnten einfach schlafen! Ja, wir... ... wir verschlafen einfach das Abenteuer, okay? Was haben wir denn hier? Nichts in der Box! Ist auch nicht! Ist auch nichts! Wir können aufs Betcher rumschrecken! Hurra! Das ist jetzt hier nichts! Kruxuhr! Eine nette Kruxuhr ist das! Gehen wir mal raus! Was haben wir denn hier? Seht ihr denn was Schönes... ... hinten im Hof? Nö! Briefkasten irgendwas? Nö! Na gut! Ne, Speicherblock! Hui! Speichern wir vom Marys Haus! Können wir eigentlich immer speichern! Aufstellung! Ausrüstung! Techniken! Items! Reisebuch! System! Feinstimmen! Kampf-Munikknöpfe! Kampf-Zielwahl! Schwierigkeiten wählen! Musikversion! Modern! Ach stimmt! Wir könnten natürlich... Hier in diesem Remake können wir zwischen... ...der Retro-Version... ...also dem vom SNS... ...den Soundtrack wählen... ...und dem modernen Soundtrack! Und das zu jeder Zeit! Was ist Hilfe? Okay! Monster-Fiebel! Als ob wir schon einen Goomba da haben! Ne, doch nicht! Schildkartet! Bowser! Und Leuchterhund! Naja! Wir können also alle Gegner betrachten! Interessant! Ja, gut! Äh... Ich will die moderne Version haben für dieses Spiel! Ich will sie mir anhören, wie das hier im Modernen-Stick klingt! Weil ich kenn' ja den Retro-Stick schon! Okay, was will Todd hier? Äh... Aber wo ist denn die Prinzessin? Alle meinten, sie wären bei dir bei dir! Wieso so schwärgsam, Mario? Wissen wir etwas nicht verraten? Es ist doch nicht schon wieder Bowser, der hinter der Sache zeigt, oder doch? Ach je! Mario! Wenn du bringst die Prinzessin wieder zurück! So wie immer, okay? Ja, 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 ja... Nur gibt's da ein Problem! Ach, Mario! Eine Sache noch! So lässt dich doch mal aus den Lat schlauen, wenn... Dann machst du doch wieder auf, wenn du dein Spiel gespeichert hast! Aber... Dein Abenteuer wird zumindest auch automatisch gespeichert, wenn... wenn du dich vor Dingen ein Gebiet in den anderen bewegst! Sehr praktisch, oder? Sollte also irgendwas geschehen? Ist nicht der ganze Spielforschfurt, sondern nur ein kleiner Teil! Und falls dir lieber nichts dazu was überlassen möchtest, oder du spielst der Speicher möchtest? Kein Problem! Hüp einfach auf die Speicherblocke, wir dies nicht ja! Soll keine Speicherblocke sind eine prima Sache, falls du während einer Reise mal ein kleines Speiches Puls einlegen möchtest! Tja, das war's jetzt nämlich alles von mir! Und nun los! Bowser's Festival wartet! Ja... Wie gesagt, da gibt's ein Problem, da ist da ein Schwert drin! Das müssen wir irgendwie rausziehen! Mit einem riesen... Ding! Oh, wir können... Einfach so! Wie das aussieht! Das sieht echt schon krass aus hier! Machen wir's aus! Bauen wir's Festung! Also, der Grafikstil ist wirklich genial! Und da sind wir wieder! Bowser's Festung mit dem Schwert! Woher auch immer es kommt! Halt, Eindring! Kein Schritt weiter! Wir sind Schmidrich-Scherben! Und diese Fessel gehört nur uns! Wir bleiben Großes! Und dies ist nur der erste Schritt! Das ist nur der erste Schritt! Wenn wir deutlich wären, wäre die Welt schon heute unser! Und nun hinfort mit dir! Oh je! Da ist die Brücke kaputt! Danke dafür! Schmidrich! Ha! Die bekannte Szene! Also, gut! Panoramemügel! Seh, was ist das Ganze nochmal kurz an! Ja, gut! Okay! Ha! Ha! Gibt's da nichts zu tun! Dann zurück zum Marius Haus, I guess! Gut, speichern! Ui! Ja! Nio! So, wo könnten wir sonst hin? Äh... Huch! Na, das ging aber schnell! Hast du irgendwas vergessen? Nein? Aber was dann? Wie ist da gerade überall Luft gelaufen? Die Brücke zu Barsch! Was ist kaputt? Das ist ja schlimm! Das bricht mir lieber als sofort den Kronenminister im Pilzballast! Los, Mario! Auf geht's! Den Kronenminister? Was ist das denn für ein A? Oh! Noch was, Toad? Ich komm wieder! Na, du! Sag mal! Durch die Knopfgerade hast du ja einen ganzen Kraftpunkt verloren! Das macht aber nichts! Hier! Mit einer längeren Pilze aus dem... ...Palast... ... ist alles gleich ja gerne gut! Pilzpalast... Äh... Pilze halt, meinte ich! Wenn du eine altes Zeit langsetzt möchtest, brauchst du nur X zu drücken! Kinderleicht! So ein Pilz genau noch richtig habe, wenn es Mario schlecht um den Kraftpunktwert bestellt ist! Aber Moment mal! Wegen irgendwas bin ich doch extra hergekommen! Wegen dem Goomba vielleicht? Hurra! Ich hab's! Und dann wollte ich dich warnen, dass der ganze Pilz war von uns jetzt nur so wimmelt! Ich hab's jetzt gerade so mit rot... ... mit roten... ... statt mit blauen Flecken zu dir geschafft, Mario! Äh... Du musst... Du musst... Du musst was tun, Mario! Dann befehlt mal ein... Weißt du, was die Aktionsbefehle sind? Äh... Erzähl's mir trotzdem mal! Weil's hier neu ist! Nicht... Ne... Ne, es ist doch nicht neu! Das gab's schon auf dem SNS, die Aktionsbefehle, aber erzähl's mir trotzdem mal! Nur zur Sicherheit! Zur... ...Nachhilfe! Aber gerne! Dann stößen wir trotzdem mal in den Kampf! Gegen den Goomba am besten! Ähm... Oh ja! Bei Kämpfen geht es nicht nur um hoher Kraft! Auch das Recht, die Timing ist wichtig! Die Kampfmusik und deren Stil! Das ist ein bisschen anders als im Original! Das geht immer höher! Das geht immer höher! Wir gucken, wie sich das anhört! Okay, wie sich das anhört! Okay, gut, die Musik gelauscht! Drücken wir jetzt erst mal auf, um anzugreifen! Aha, Angriff! Stopp! so geht aber das war während eingriff der kicker trifft klasse genauso danke fand ich doch extra extra stark sondern wenn ich glaube immer erwischt aktionsbefehl sei dank wie war zu drücken wenn du angriff wirst klasse genauso bei der time effect ist steckst du keinen schaden ein wirklich gar keinen schaden also der wird nicht nicht reduziert wirklich überhaupt auf ok das ist ein bisschen op glaube ich aber dafür muss man auch erstmal können angreifen die ganze gruppe treffen kannst du mit aktionsbefehl nicht kannst du nicht abwehren versuche ich jetzt meine schmerzen der drückte mal ist ja für mich techniken sprung auf kumpa und jetzt drücken drücken auf war war plötzlich bei techniken welchen aktionsbefehlen oft ab also nicht bloß ein einzelner knopfdruck was immer schon lesen wenn du deine liebe stecken besonders mächtig machst übrigens das ist jetzt wirklich neu hier in we make was tot jetzt er gleich erklären möchte die kraftanzeige fühlt sich mit jedem gelungenen aktionsbefehl ein stückchen und wenn sie voll ist dann naja dann erklärt das heute die schwarze war man sie freut sich drauf bei mehreren gelungen aktionsbefehlen miteinander zeigt auch hier eine zahl das ist auch neu schon hat die zweite gelungen befehle hält zu vorteilen im kampf in deinem fall mal rücksteig der kraftanzeige steine je mehr als uns bewegte denken war ziemlich viel auf einmal verzeihung aber keine angst was jetzt was vergisst drücken klopp einfach b und wähle hilfe dann erfährst du alles was du brauchst sogar außerhalb von kämpfen kannst du ihn vorlesen wähle einfach hilfe im menü denk dran ja 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 wir denken dran und das war's auch schon jetzt kannst du den ganzen fiesen schön das flüchten lernen gut also dann müsste ich jetzt bloß was war das noch mal genau den grund müssen von pränzessen berichten von der pränzessen meinte ich bis jetzt einen prügelen pilz belasten ja und hier für dich nur für freie ferne drei pilze dankeschön das spreche ich auch nur kurz ab nur zur sicherheit und wir haben ein kW verloren nein nur weil tot und mit uns zusammengekracht ist gut auf zum pilz fahrt nein er guckt nicht okay Ich stelle immer noch so an wie damals. Ach man, wie klingt das auch mal? Ein Paracrupa. Können wir den gleich so angreifen? Ja. Oh, jetzt fallen wir heinander. Und nochmal den Goomba. Nein, drei Gruppen sogar. Und ein paar Münzen für uns. Komm her, Paracrupa. Oh, Paracrupa. Oh, Pilze halten sogar. Und Level Up! Marius mit Level 2! Und wir können sogar auswählen, was wir noch erhöhen wollen. Kraft, KP oder die Magie. Die Magie ist für unsere Spezialangriffe, die wir machen können. Und auch Magie Schutt anscheinend. Ähm. Ich bin eigentlich immer für KP, aber Magie ist auch nicht schlecht. Komm, wir hören die Magie. Und da ist einfach mal ein Toad. Wollt, wie geht's? Oh, Mann. Du, mein Retter! Ja, das habe ich gewonnen. Jetzt hilft sich irgendwie. Ich glaube, dass es für unsere Spezialtechnik geht, also als die Magie. Oh, ey. Da wollte ich uns ein Kumba hinterrücksangreifen. Kommst du woher? Aha. Na, komm her. Ich mag es, wenn ihr Kämpfisch-Ressourcen-Tuschner-Hendel. Und du kommst mit. Aha. Ach, Mist. Sehr schön. Da haben wir unsere Anzeige fast auf 100% gebracht. Ey. Lass den tot in Ruhe. Aha. Körbeinzeige hoch. Puh. Mir war schon Angst und Bange. Vielen Dank, weiter Hilfe. Hier, nimm. Eine Blumenkapsel. Blumen erhöhen deine Blumenpunkte Maximum. Und zwar permanent. Mehr Blumenpunkte heißt auch mehr Spezialtechnik im Kampf. Also vergiss die Blumen nicht. Äh, nein. Lieber Items nochmal. Hier. Blumenkapsel. Bepium 1. Aha. Und wird sogar voll aufgefüllt. Sehr schön. Mh-mh. Oh Gott, ein Pilz stadt 30 Kp wieder her. Alter, das ist ganz schön viel. Äh, wie komm ich da runter? Ach so. Komm her, Gumba. Bluh. Wisst ihr was? Wir benutzen jetzt einfach mal mit Minus die Toad-Hilfe. Toad-Hilfe. Toad-Alter-Hilfe, was wohl nützlich nicht hat. Ein Goldpilz. Ein Peppilz. Was macht das? Angriff erhöht. Krasch. Hm. Oh. Als ob wir uns jetzt auch noch schießen können. Bada-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ein Pilz. Yay. Vielleicht kommt das halt uns. Mindestens. Warte, er hat nur... Okay, hier geht's weiter. Da will ich noch nicht hin. Soll ich hier drauf? Ja, es brückt nichts. Hör. Jo. Aber hier ist noch eine Blume. Und dann noch da vorne hoch. Aha. Und ein Gumba wollte da noch eingreifen. KP voll. Oh Gott. Aha. Aber was nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas... Oh. Wir haben doch unsere PP erhöht durch das Ding. Gut, dann geht es jetzt hier längs. Ein Lucky 2. Komm her. Komm her. Wir kriegen dich irgendwie. Oder? Dorni. Der ist tot. Angriff erhöht. Uh. Ich habe mich nur, wie wir bitte schon ein Paragrufer von unten treffen. Wir schlagen quasi die Luft. Du, da, was kratzt du so? Sag ich was, du hab' Bruder. Nimm mir nach, Mario, der Kerstin Kobi hat. Äh. Dress auf der Pelle. Wir haben ein paar Wettel. Wettel? Oh. Eine extra kleine Cutscene für... dafür. Warum denn nicht? Da muss ich sogar meinen Sprung rein. Uff. Ach, malo. Mutschub. Oh, keine KP mehr. Hm. Das ist natürlich nicht gut. Och. Ja. 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 Ah, malo! Ja! Ja! Hier hätten wir fast gar keine Friebe gehabt, dann bin ich mir weg gerade! Pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da! Ein Blumeset! Danke, Mario! Ich bin so schnell gelaufen, da hat die Wolken nicht aufgepasst. Zum Besatz geht das gleich hier gerade aus. Ich war weit, Mario. Na nun? Das ist doch ein Hammer. Uiuiui, schau mal, das hört sich das hier. Das ist der offizielle Zeichen mit der Hammerbruder drauf. Wer damit helst, schließt sich das nicht wieder auf. Was war nützlich erfund? Nimm ihn auf jeden Fall mit. Du musst den Hammer erhalten. Dann rasch weiter, wie soll der Palast? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Äh, Ausrüstung. Waffe. Hammer. Angriffe erhöht. Gut. Seide haben wir davon, gerne nichts, das was auch nichts. Items. Blumen-Set. Du kannst mir erkunden von... Der Spiel wird durchdrückt von Nächsten eingeladen werden, um dich zu heilen. Achso. Hä? Zoom-Set. Blumen-Set. Ah, sehr schön. Das ist nützlich. Und KP-Point einfach so aufgefüllt. Danke dafür. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit der Kunden. Wir sind einfach durchgelaufen. Ah, entscheidbar doch. Doch. Hier ist nichts mehr außer Lucky 2. Na gut. Dann geht es jetzt Richtung Pilz-Palast. Dann würde ich sagen, wenn ich mal den ersten Part hier an der Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part beim Pilzpalast. Bis dahin sage ich bis dann und Aloha.